hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich folgendes spiel dorf liebe küste ich werde erst mal starten habe es mir auch schon heruntergeladen account alten stand wieder gefunden als was ich mal komisch findest hier steht durch dorfleben küste aber wenn ich es runterlade heißt es irgendwie mal anders und was mit farben war das egal wir sind da weg da dankeschön gut dann weintraum zu wenig platz hier 30 ich habe gerade mal einen schein lol ja 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 Ich bin froh, ich bin froh. Ich habe einen Tag, die ich zue mir auf. Das war ich. Ich bin froh. 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 Um, 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 um Okay, jetzt muss ich mal gucken Quest fertig Ich muss noch drei Haferbrot produzieren Okay Milch ist voll Eier ist voll Haffermüll ist voll Hmm 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 Ich liebe Helm Ophelan, Ania. Ania, Thelmafella. Ich mag Helm Ophelan. Ich mag Helm Ophelan. Ich mag Helm Ophelan. Ich mag Helm Ophelan. Was muss man denn noch hier machen? Muss man sich das holen? Ich habe keinen Platz. Erweitert. Will das die Kuh erweitern? Oh. Ah. Weintrauben. Ich muss erstmal hier wieder zurechtfinden. Trauben und weiße Trauben. Wir fahren einfach hier alles ab. Da noch nicht alle. Ach. Einig zu viel. Ist aber alles abgefarmt hier. Hier ist meine zwei kaputte Maschinen die ich noch reparieren muss. Was brauche ich denn dafür? Zwei Getriebe. Super. Und hier brauche ich Schornstein, Bürgerschornstein und Bürgerrohre. Und hier brauche ich noch nicht. Ok. Müsste jetzt nicht auch die eigene Quest fertig sein? Ach, Glücksrad muss ich noch drehen. Geht nicht, habe ich nicht. Schade. Pflanze. Zwölf mal Mais? Oder Weizen, besser gesagt. Mais. So, wirf mal Nachbarschaftsbelohnung ein. Ach, wenn einer mir folgen möchte. Meine Farm. F.H.M. P.H.H.M. Fünfmal. Ich nehme auch eins. Gariel. Eins. Zwei. 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 3 5 6 6 7 10 16 3, 3, 3, 3, 3, 3. Jetzt kommt ein paar bei Sicken an, Sicken Terror, ne Sicken Traum. Oh. Und der nächste ist... Ok, ich glaube jetzt habe ich 5 mal geholfen, das heißt die Quest müsste jetzt fertig sein. Ich komme zurück nach Hause, da. Schauen wir mal. Nein? Hm. Nachbarsbelohnung. Na gut, machen wir erstmal das hier. Benutze, 4 gießt keine... Super gießt keine Bio oder... Ok. Klee. Fertig. 1, 2, 3, 4. Super. Jetzt kommt das nächste. Was ist das hier? Feuer? Nur zu 4 mal... Energie. Ah, wenn ich Sachen herstellen möchte... Ah, wenn ich Sachen herstellen möchte... 1, 2... Nehmen wir mal was anderes, nicht immer das gleiche. Wie kommt man denn hier wieder zurück? Da. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Oh, das geht auch. So, ich habe immer was gemacht. Warum musst du das nicht dreimal machen? Egal. Haben wir jetzt 4 mal gemacht. Und hier haben wir hier... Sammel einmal ein beliebiges Sammelstück. Was kostet hier alle Scheine? Ich habe doch keine Gas-Scheine. So teuer. Ganz sowas billigste. 3. Kann das nicht sortieren? Ist ja durcheinander hier. Was wird immer teurer? So weiter ich runtergehe. 8, 9. Ja. Aber ist das hier ein neues Tier? Der hier, ne? Den Kuhn habe ich. Den habe ich nicht. Den habe ich auch nicht. Schmetterlingshaus. Bienenstock habe ich. Hühnerstall habe ich. Würfelkuh habe ich. Hühnerstall. Kann ich nochmal extra einen Hund zu kaufen? Aber das brauche ich ja nicht. Gut. Weiter gehts. Ah gut. Die eine Quest fertig. Neue Quest. Ernte Kirchen. Ernte Kirchen. Kirchen. Ich habe doch gar keinen Kirchenbaum. Apfelbaum habe ich. Orangenbaum. Ja doch. Kirchenbaum habe ich. 5. Wie oft? 4 mal. 1. 2. 3. Ach ich habe doch bestimmt. Ne. Ich muss ja ernten. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 8. 9. In neun Tagen muss das fertig sein, Level 18 muss ich da sein, eieieiei. Mit Level 18 kann ich die Quest jetzt machen. Ich bin Level 15 war ich, glaube ich. Oh, 17. Ok, probieren wir mal aus. Kaufen, weiter. Ah. Ah, ich brauch doch noch Sachen für. Gut, dann haben wir, lassen wir das hier erstmal da sein. Ach, so viele Aufgaben. Und jetzt müssen wir noch. Was ist das hier? Was ist in Produktion? Okay. Ich verstehe. Jetzt mal ein Spiel. Getreide geht nicht. Hmm... Ok, was sind Produktionen? Abholen. Sollen wir einmal bedienen was? Ne, das kann... Ach, jetzt kann ich hier was für Geld kaufen. Okay, gut. Okay, schön. Okay. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Na gut, na gut. Sie produzieren eine Krage, schön fleißig und... Was muss ich noch einpflanzen? Was muss ich denn noch einpflanzen? Was ist mit der Maschine? Okay. 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 Keine Ahnung. Ich drücke einfach nur durch. Käseburger. Käseburger. Ja. Dafür habe ich hier die Bürgermaschine gekauft. Aber... Na ja, egal. Wie würde man sagen, das war es für heute. Es wird für mich immer mehr unübersichtlicher. Gut. Dann werde ich mal aufhören hier. Das Spiel verlassen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei seid. Ticket abholen. Abgeholt ist es. Bis dann. Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.